Professionelle Videos für uns sind sehr wichtig, weil wir möchten, unsere Albums weltweit verkaufen. Und das Video spielt eine Rolle. Deswegen ist es für uns professionelle Videos sehr wichtig. Jedes Jahr müssen wir in unserer professionellen Sache noch weiter verbessern, weiter gehen und top zu sein. Das ist unser Ziel. Das Schöne war dadurch, dass ich diese Musik, die wir in der Schule haben, die wir in der Schule haben. Und auch, dass wir untereinander zusammengearbeitet haben mit Menschen, die man entweder mit denen verwandt ist oder die man sich gut mit ihnen versteht, gut mit denen zusammenarbeiten kann. Ja, mit den Dancerinnen, das war sehr genial. Bis jetzt, wir haben mit mehreren Dancerinnen in unserem Video Clip zusammengearbeitet. Aber für Babygirl Musikvideos Clip, die Mädels war sehr, sehr, sehr professionell. meinen vendo? Den einen, der ich in dem Video... Den einen, und denAN